Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute möchte ich dir drei Methoden zeigen, wie du deine Bilder perfekt nachschärfen kannst in Photoshop. Viel Spaß! Ich habe das immer wieder so mitbekommen, dass das Thema Nachschärfen in Photoshop bzw. auch generell in der Bildbearbeitung ein echt großes Thema ist bei euch. Und deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich euch heute mal drei verschiedene Methoden, wie man in Photoshop Bilder nachschärfen kann. Und mich würde natürlich dann auch interessieren, ob ihr vielleicht eine dieser Methoden selber benutzt und welche ihr davon tatsächlich auch am besten findet. Fangen wir direkt an mit der ersten Methode und das ist eigentlich auch so die Methode, die ich eigentlich am häufigsten verwende. Dafür werde ich jetzt hier einmal dieses Bild, was ich jetzt hier in Photoshop geöffnet habe, das ist eine normale Hintergrundebene, einfach mal hier die Hintergrundebene duplizieren, indem ich sie hier einfach mal auf dieses neue Ebenensymbol ziehe. Und dann gehe ich in Filter, sonstige Filter, Hochpass. Also die erste Methode geht hier tatsächlich mit dem Hochpassfilter. Und du siehst, dass jetzt hier auf dieser neuen Ebene durch diesen Hochpassfilter eine Grauebene erstellt wird. Und wenn man jetzt hier mal so ein bisschen genauer reinschaut, ich weiß nicht, wie doll man das jetzt hier in dem Video sieht, dass an den Kanten, an da, wo wirklich Kontrast herrscht, da werden jetzt einzelne Details hervorgehoben. Und jetzt ruf dir mal deine Erinnerungen, was wir zum Beispiel mit Dodge & Burn gemacht haben. Also wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann unbedingt mal anschauen. Dodge & Burn funktioniert ja im Endeffekt nicht anders, dass wir eine Graue Ebene erstellen und die auf einen bestimmten Mischmodus stellen, nämlich auf Overlay, also ineinander kopieren, oder auch weiches oder hartes Licht. In diesen Mischmethoden wird 50% Grau ausgeblendet. Also das ist komplett unsichtbar. Und alles, was dann heller oder dunkler ist, kommt wieder in Erscheinung. Also das kommt wieder in das Bild hinein und dadurch gewinnen wir an den Kanten Kontrast. Und jetzt die nächste Frage, wie schärfen wir eigentlich so ein Bild nach in Photoshop? Ja, also man kann ja kein unscharfes Bild auf einmal wieder komplett scharf machen. Sondern was Photoshop und alle anderen Bildbearbeitungsprogramme auch machen, ist, dass man die Kanten nimmt und diese Kanten mit Kontrast versieht. Und wenn eine Kante mehr Kontrast hat, dann wirkt das visuell einfach schärfer. Ja, und das ist alles, was passiert. Das heißt, wir schärfen die Kanten, indem wir mehr Kontrast hinzugeben. Und wenn wir jetzt hier sehen, dass diese 50% Grau Ebene, also dieses 50% Grau wird ausgeblendet, alles, was heller und dunkler ist, bleibt im Bild, bedeutet das, wenn wir das jetzt hier an den Kanten machen, dass genau das passiert. Wir geben dem Bild an den Kanten mehr Kontrast. Und mithilfe dieses Radius können wir jetzt noch auswählen, wie dick diese Kante sein soll oder wie doll dieser Kontrast auch sein soll an den Kanten. Also je höher ich diesen Radius jetzt stelle, das kann ich jetzt hier einfach mal machen, dann wirst du jetzt auch sehen, was in dem Bild hier passiert. Ich habe jetzt hier die Vorschau aktiviert. Dann werden diese Kanten hier einfach sehr viel dicker. Ja, also der Kontrast wird auf eine größere Fläche einfach gebracht. Und wenn man das natürlich jetzt hier übertreibt, dann entstehen auch solche Halo-Effekte. Das bedeutet hier auf der einen Seite siehst du, dass ein ganz großer Bereich der Kante dunkel ist. Auf der anderen Seite ist ein ganz großer Bereich hell. Und dadurch entsteht dieser Halo-Effekt. Ja, also man muss hier wirklich aufpassen. Je nachdem, wie viel Auflösung dieses Foto hat, empfehle ich immer so zwischen zwei und drei Pixeln hier zu arbeiten. Ich bin meistens bei zwei Pixeln. Und zur Orientierung, ich habe jetzt hier eine 36 Megapixel Kamera benutzt. Also kannst du dir ungefähr das Ganze ausmalen. Ich gehe eigentlich nie unter zwei. Selbst wenn ich mit meiner Nikon D750 fotografiere, die hat 24 Megapixel. Ja, also zwei Pixel sind eigentlich immer in Ordnung. Ich würde eher noch ein Stück nach oben geben, aber das ist auch wieder Geschmackssache. So, ich bestätige das Ganze jetzt hier einfach mal, indem ich auf OK klicke. Und alles, was ich jetzt hier machen muss, ist einmal die Mischmethode ändern. Nämlich einmal auf Ineinander kopieren klicken. Weiches Licht, hartes Licht oder was auch immer hier. Ja, also Ineinander kopieren ist der härteste oder der stärkste Effekt. Ich zoome jetzt hier einfach mal ein bisschen weiter in das Bild hinein, damit du das mal genauer beurteilen kannst. Also man sieht das jetzt hier gerade so an den Details hier im Gras. Ja, ich gehe jetzt hier mal auf 100%. Ich mache jetzt hier einfach mal vorher. So sah das Bild vorher aus. Und jetzt bringe ich hier diese Hochpass-Ebene wieder mit rein. Und du siehst, wie viel mehr Details hier zum Vorschein kommen. Genauso jetzt hier oben in den Bergen wirst du es auch ein bisschen sehen. Also vorher, nachher. Und du siehst, wie viel mehr Struktur hier einfach drin ist. Okay, ich zoome jetzt hier mal wieder raus. Natürlich ist dieser Effekt jetzt hier erstmal auf das gesamte Bild angelegt. Das kann man jetzt hier natürlich auch noch ändern. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte den Himmel nicht so sehr nachschärfen, dann kann man das Ganze ausmaskieren. Wobei ich dazu sagen muss, das ist dieser große Vorteil an dieser Methode, dass ja dieser Hochpass-Filter schon erkennt, wo eigentlich diese Kanten sind. In dem Himmel haben wir gar keine Kanten drin. Es ist eine einheitliche blaue Fläche. Und von daher wird dieser Himmel in dieser Methode gar nicht so sehr nachgeschärft. Also muss man nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, hier mit einer Maske arbeiten. Wenn der Himmel ein bisschen strukturierter ist, dann sollte man das schon machen. In dem Fall reicht das so aus. Okay, das war Methode Nummer 1. Ich werde diese Ebene jetzt hier einfach mal wieder ausblenden und diese Hintergrund-Ebene jetzt ein weiteres Mal duplizieren, damit wir hier unsere zweite Methode anwenden können. Ich benenne jetzt diese Ebene einfach mal Methode 1, Hochpass. Damit wir nachher noch wissen, was hier gemacht wurde. Methode Nummer 2 ist auch relativ simpel eigentlich. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf Filter und dann in den Scharfzeichnungsfilter und dann unscharf maskieren. Das ist ein einfacher Photoshop-Filter. Da müssen wir gar nicht sehr viel mehr machen. Und wir können jetzt hier sehr gut einstellen, was wir hier schärfen wollen, beziehungsweise wie viel wir schärfen wollen. Also wir haben hier auch wieder so ein Vorschaubild. Da kann man dann ganz gut mal reinschauen, wie das Ganze aussieht. Die Vorschau hier ist auch aktiviert. Und ich bin hier wieder bei einem Radius, diesmal unter einem Pixel. Ich kann jetzt mal wieder zeigen, was passiert, wenn man den Radius jetzt hier hochdreht. Dann wirst du das jetzt hier gerade so in dem Vorschaufenster oder auch hier direkt im Bild sehen. Es wird sehr, sehr unruhig. Also das ist genau das gleiche im Endeffekt wieder. Der Radius bestimmt, wie groß diese Kante im Endeffekt ist, die dann jetzt mit Kontrast verstärkt wird. Und von daher bin ich da gerade bei diesem Filter immer dafür, das Ganze unter ein Pixel zu stellen, weil wir so eine sehr feine Schärfe bekommen, die dann aber trotzdem vollkommen ausreichend ist. Also zwischen 0,6 und 0,8 bewege ich mich jetzt hier immer so. Ich stelle jetzt hier mal 0,8 ein vom Radius. Und dann von der Stärke her, da kann man ruhig über 100 Prozent gehen. Ja, also da kann man eine relativ hohe Schärfe einstellen. Ich bin jetzt hier mal so bei 180 Prozent ungefähr. Das ist ganz gut. Den Schellenwert lassen wir jetzt hier bei 0 Stufen. Ja, und dann klicke ich hier einfach mal auf OK. Und jetzt werden wir wieder in das Bild reinzoomen und du wirst jetzt auch wieder den Vorher-Nachher-Effekt sehen. Also, so sah das Bild vorher aus und so sieht es jetzt aus. Also auch hier haben wir wieder eine schöne Schärfung drin. Wir haben jetzt hier wirklich wieder viel an Details auch gewonnen. Man sieht das Gras einfach deutlich besser, sieht ein bisschen besser und schärfer jetzt einfach aus. Also, das ist jetzt die zweite Methode. Methode 2 und diesmal unscharf maskieren. So, und dann gibt es noch eine dritte Methode. Ich blende jetzt hier das Ganze wieder aus. Diesmal müssen wir die Ebene zweimal duplizieren. Ich mache das diesmal anders. Ich drücke diesmal mal Command und J und damit dupliziere ich diese Ebene zweimal, indem ich jetzt einfach zweimal hier drücke. Und das Erste, was ich jetzt hier mache, ist das Bild oder die Ebene einmal invertieren. Und das mache ich mit Command und I. Jetzt wird also diese komplette Ebene einmal umgedreht. Und was ich jetzt als nächstes machen möchte, ist den Mischmodus hier wieder zu verstellen und zwar diesmal auf strahlendes Licht. So, das sieht jetzt hier erstmal relativ komisch aus, aber wir haben auch wieder so eine graue Ebene. Also, wieder sowas ähnliches wie davor auch. Was wir jetzt als nächstes machen ist, diese Ebene, die wir jetzt hier gerade bearbeitet haben und die darunter liegende Ebene, die haben wir noch nicht bearbeitet, die werde ich jetzt hier mal beide anwählen mit gedrückter Shift-Taste und in einen neuen Ordner packen. Also, beide Ebenen sind jetzt hier angewählt und jetzt drücke ich hier unten einfach mal auf diesen neuen Ordner bzw. eine neue Gruppe. In Photoshop heißt es immer Gruppe, ich nenne es immer Ordner, keine Ahnung, ist eigentlich genau dasselbe. So, und diese Gruppe, da können wir jetzt auch wieder den Mischmodus verstellen und diesmal stelle ich ihn auf ineinander kopieren. Und jetzt sollte es eigentlich so sein, dass wir hier erstmal gar keine Veränderung haben. Also, ich kann jetzt hier diese Gruppe einmal ausblenden, wieder einblenden und du siehst jetzt hier erstmal keine Veränderung in dem Bild. Ich gehe jetzt hier in diese Gruppe nochmal rein und jetzt auf diese Ebene hier, die wir invertiert haben. Und was wir jetzt machen, dadurch, dass wir sie invertiert haben, also umgedreht haben, müssen wir jetzt den Filter, den wir jetzt anwenden, müssen wir uns also einmal komplett umdenken. Das bedeutet, ich schärfe diese Ebene jetzt nicht, sondern ich mache sie unscharf. Und dadurch, dass wir sie umgedreht haben, wirkt dieser Effekt genau auch umgedreht und das Gegenteil von unscharf ist halt scharf. Also, wir machen die Ebene unscharf, um es dann schärfer zu machen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen verwirrend, aber ich zeige dir jetzt genau, was damit gemeint ist. Ich gehe jetzt hier wieder auf Filter und diesmal auf Weichzeichnungsfilter und ich nehme jetzt hier einfach mal den Gaussian-Weichzeichner. So, und was jetzt passiert, wow, du siehst es schon, 15 Pixel sind hier standardmäßig angewählt, ist wieder viel zu viel, aber das Bild wird schärfer, weil wir eben diese Ebene invertiert haben. Und ich werde jetzt hier einfach mal den Radius wieder so ein bisschen runterstellen. Ich fange auch hier mal bei 2 Pixeln an, ja, 2,1 Pixel habe ich jetzt mal und mache jetzt hier mal die Vorschau an und aus. Also, so sieht es ohne aus und so mit diesen 2 Pixeln und du siehst, das Bild wird wieder richtig schön scharf. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf OK und dann haben wir auch hier diesen Vorher-Nachher-Effekt. Also, diese ganze Gruppe werde ich jetzt hier nochmal schließen. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Also, das sind drei verschiedene Methoden, wie man jetzt hier ein Bild nachschärfen kann. Ich muss jetzt insgesamt nochmal empfehlen, auch wenn ich vorhin das gesagt habe, dass bei vielen Methoden, das jetzt gerade mit dem Hochpassfilter und so weiter, dass wir da den Vorteil haben, dass der Himmel nicht unbedingt nachgeschärft werden muss, empfehle ich trotzdem immer, wirklich so ein Foto immer selektiv zu schärfen. Das bedeutet, ich male mir die Schärfe dann selber rein. Das mache ich jetzt hier einfach mal an diesem letzten Beispiel. Ich nenne jetzt diese Gruppe erstmal um, Methode 3. Invertieren. So nenne ich jetzt einfach mal diese Methode. Und dem Ganzen gebe ich jetzt noch eine Maske. Und wenn ich die Alt-Taste dabei drücke und dann auf dieses Masken-Symbol hier unten klicke, dann kriege ich eine schwarze Maske. Das bedeutet, dass dieser komplette Effekt erstmal komplett aus dem Bild wieder rausgemalt ist. Denn eine schwarze Maske bedeutet, nichts davon wird angezeigt. Jetzt kann ich mir hier meine Vordergrundfarbe auf Weiß stellen, einen Pinsel nehmen. Ich sage jetzt hier Deckkraft 100%, Fluss 100%. Die Größe kann ich hier noch ein bisschen einstellen, ist gerade ein bisschen heftig. Ich sage mal so ungefähr 1000 Pixel. Und jetzt male ich hier einfach da, wo das Bild geschärft werden soll. Nämlich hier auf dem Gras und vielleicht auch noch so ein bisschen die Berge im Hintergrund. Da soll ja die Schärfe reinkommen. Und deswegen male ich jetzt hier mit weißer Farbe das Ganze wieder rein. Das bedeutet, der Himmel ist jetzt komplett nicht geschärft, aber hier die Berge, die sind komplett geschärft. Ich kann mir jetzt hier mit gedrückter Alt-Taste, das kann ich einmal auf diese Masken-Vorschau hier klicken und dann siehst du, wo ich hier gemalt habe. Und dieser Bereich, der jetzt hier weiß ist, dieser Bereich im Bild, der ist komplett scharf. Der schwarze Bereich, hier unten und hier unten, der ist komplett von diesem Effekt ausgeschlossen. Und das bedeutet, dass wir jetzt hier tatsächlich auch dann selektiv geschärft haben. Also, das waren jetzt mal drei verschiedene Methoden, wie man so ein Bild schärfen kann. Und ich würde einfach mal sagen, schreib doch mal unten in die Kommentare, ob du eine von diesen Methoden benutzt und welche deine Lieblingsmethode ist. Und ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn dem so ist, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen dazu hast, einfach unten in die Kommentare damit. Und falls du es noch nicht getan hast, den Kanal natürlich abonnieren für weitere Videos. Ansonsten schau mal in meinem Online-Store vorbei. Da gibt es viele verschiedene Videotrainings, die natürlich noch ein bisschen tiefgründiger sind als das, was ich jetzt hier mache. Hier muss ich es halt immer relativ schnell erklären. In diesen Videotrainings ist das sehr viel ausführlicher. Einfach mal vorbeischauen auf www.stephanschäfer-store.de und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten deiner Fotos. Ciao. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten deiner Fotografieren.